Der Gewinner des 0,5k Pack ist ZKnockt, schreib bitte Lian auf Twitter an, dann bekommst du das Pack. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der 6k, auch schon sehr, Digger. Alles gut, er nimmt Minecraft ein bisschen zu ernst. Also Zarek, Digger. So, machen wir mal das hier, das hier. Alter Mieterbrotan. Aber beide? Ey, sind einfach beide Bälle für dich. Hast du ihn noch? Richtig gemacht, ne? Doch, hab ich. Okay, ich komm. Der baut drei Shots. Vier Shots. Zwei Follikula. Geht schallebis mit. Drei Flöcke, drei Flöcke, danke. Drei Flöcke sind da. Ey, wenn der euch stankt, ihr dürft den nicht wegknocken. Also nicht nach hinten machen. Roar, was macht er denn da? Lian, 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 Lian. Was, ey? Ey, der lebt immer noch da oben. Einen Follikula, nicht down. Ich hab einen geholt. Der Oma hat null Blöcke. Ey, komm, habt ihr bis zum Überstieg. Hä, ist das was? Alter, wer habt ihr da so getreten? Wer war das? Obermeister, Digger. Oh, scheiße, hast du nur geklopft. Ey, Obermeister, geh mal da einen Bogen machen jetzt. Warte, chill, ich guck's dir an Leiter. Oder? Jetzt ist das Geld. Ne, du hast den Lohen-Typ down. Mit Zweierschwert. Und du hast den down. Alles gut, Digger. Oder. Und der hat... Müsst uns 10, damit ich jetzt genug Brauens bekomme für Plusfee. Noch eine Kuh? Einer down. Noch eine Kuh? Ja, natürlich. Ich muss Spider-Ten. Ja, ja. Ja, gut. Ja, ich will kein Sex-Duell gegen den Neunberg erzählen lassen. Warum nicht? Ha, weil ich nicht mal schaffe ihn an. Sind wir dann auch gesehen in den MCW, oder? Ja, du meinst... Fabi meint die ganze Zeit so, ob wir es... Ja, die waren schon nicht so. Ja, ich hab auch da und... Error. Also, ich hab halt schon fast Spiel. Ich hab auch schon mal. Ich hab auch schon mal. Ich hab auch schon mal drin. Ich hab auch schon mal drin. Ich hab auch schon mal drin. Er hat sowas ausgeliefert. Ich hab auch schon mal drin. Ich hab auch schon mal drin. Ja, ich mach' ich. Siehste, ich lege so... Ich kann nicht... Guck! Ne, ne, er ist flüssiger, Leos. Und ne. Hab auch schon mal drin. Hab auch schon mal drin. Ich hab vier Leute bekommen. Es war eine. Ich hab' gecallt. Ich weiß ja klar, dass da eine F-G-1 gewinnt. Ich hab' klar, dass da eine F-G-1 gewinnt. Ja, klar, dass da eine F-G-1 gewinnt, ja. Ficker von Melvin. Melvin hat euch gefickt, by the way. Melvin. Ich hab' gewonnen, weil ich nicht dachte, dass es ein... Ist schon, wer Melvin ist. Es ist der schlechteste CW-Spiel, den es gibt. Ja, ich weiß, da kann ich klar, wo er noch nicht denkt. Und dann ist halt noch einer, der was carried. Ja, ist ja gut. Boah, krass. Oh, noch mehr. Oh! Achtung, der Bay-Mitte-Bow spammt euch. Ich trifft doch eh nichts. Der hat mich First Shot getroffen. Ich bekomm's. Ich muss ja aber erst mal, dann... Ich brauch Ossi, dass wir schicken. Nur weil er mir BRC ist mit dir. Ja, mir schickst du das auch. Wen? Ja. Du hast doch schon. Ich hab' High-Hobes-Pack. Wer denn soll? Ich hab's ganze im Imp. Die sind ja komisch aus. Der gar... Also wir haben getankt der eigentlich. Ne, deren Rest ist aus der Base. Alter, Luis! Alter! Jungs! Lucas 72! Halbes Herz. Auf'n Netzwerk. Good time, Philipp. Wir kommen eigentlich, oder? Weil... Was? HÄH! Ist der off'n FIAS?! Wenn ihr lässt, weil der Dreadlong shoppt, der darf da auch zwei Mal nicht dazu. Dann f***st du mal was. Ich brauch jetzt einfach zu. Bogenstone, Bogenstone. Ja, wenn mein Bank von 900 vielleicht runter geht, dann... Ich hör jetzt den anderen auch noch rein.